Hallo, Jakes! Sind wir drauf? Sind wir schon auf Sendung? Ah, okay. Okay. Achtung! Lass mich bitte los und fass mich nicht an. Zu India. Zu Alex. Dann wieder zu mir. Und wenn mich nicht alles täuscht, gehen wir danach in Walsch und bauen ein Hexenhaus. Simpel und einfach könnt ihr jetzt zwischen anrufen, abweisen und meinem Vater wählen, der euch dick die Schelle zieht. Da lacht sogar unser Kameramann, herrlich. Äh, ja. Die Tastatur könnt ihr für ungefähr... Nee. Ich spüre eine Schwingung in der Luft. Die Tastatur könnt ihr für hundert... Sie strömen heran von allen Seiten. Technik-News. Sie prasseln auf mich hernieder. Technik-News. Also eine spannende Geschichte... Halt die Backen! Halt die Backen da hinten! Hör mal auf! Sag, mein Name ist Philipp, das war ein paar die Jungen... Ja, ja, ja. Alter Schnacker. Solltet ihr nicht über ein Android-Gerät verfügen, habt ihr lange... Habt ihr Pech gehabt? Du bist so eine... Äh, bitte hör da nicht hin, wenn ich sowas sage, ne? Das ist nicht für deine Ohren bestimmt. Die werden wir nachher mit Seife auswaschen. Äh, ich haspel mich jetzt, jetzt wird's immer länger, jetzt fass ich mir einen Schritt und ihr müsst alle meinen Michael Jackson Choreo sehen. Bitte entschuldigt, ich wurde als Kind geschlagen. Und jetzt wäre ein Cut. War das bis dahin witzig? Nee. Echt nicht? Nehmen wir. War insgesamt eine beschissene Vorhöhe. Echt? 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 ladım. Es ist die.